und ich warte und ich warte ja war es halt noch ein bisschen länger lebt damit ja unser unser erstes glorreich ist ja also ich muss erst einmal laden einen moment okay weil das spiel hat sich unsere blödheit von gestern gemerkt und erwartet uns bei der tür wetten okay dies zu wir haben schon wieder die ausrüstung vergessen kacke ja da hast du recht ich dachte schon hier hier was macht er denn da hinten dass die kamera von mir aktiviert warum behandeln sie mich wie einen kriminellen hier ein ringteam hände hoch pronto sind sogar noch drei türen welche sollen wir nehmen erstmal die klose checken ja erst mal bei den frauen so sieht also eine frauentoilette von innen aus jetzt weiß ich warum die immer auf die männertoilette gehen müssen wissen sie habe ich noch nicht so festgestellt jetzt stecken wir fest ja alles deine schuld jetzt kommen wir nie wieder aus der frauentoilette raus dankeschön also ich würde sagen ich würde jetzt vielleicht doch lieber auf das frauentoilette gehen sag mal was ist denn hier eigentlich was haben die denn hier für dickes klopapier das warum hängt das so weit vom kopf warum haben die hier kein klopapier das frage ich war gar nicht erst so wollen wir aber wir müssen ja da mag jemand eine bestimmte batterie marke wo ok ach so ja sag mal was hallo nein ich meine wir haben hier ein büro sagen wir mal erst das büro stimmen oder ach so er die war erst hier rein machst du auf ich sichere polizei waffen fallen lassen ich schieße ergeben er hat sich ergeben ich schieße trotzdem auch geld geld das könnte hier noch sein sicherst du ja ich öffne die büro polizei hände hoch er los leg mich um trau dich runter oder ich lege dich um warum sagst du mir die ganze zeit das ich verstehe es nicht ich weiß doch was du hören willst runter sofort hände hoch das ist ein kühlraum niemand da oder doch hier rechts zum teufel ist oh 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 fuck was denn ähm da kommen wir nicht durch haha kein gründlich so auszurasten wüsste ja aber da stehen jede menge leute ach so und wir wissen jetzt dass wir da sind schlecht würde ich behaupten ja ich würde mal sagen mach mal eine gaskranate fertig ja warte vier war das ne ja ähm so warte okay wurf bereit ja und rein damit und warten bis einer hustet auf den boden da ist einer mit einer schrotflinte ja aber der hat sich schon ergeben der andere nicht der andere immer noch rum komm schnucki polizei hände hoch nicht dieses mal magst du mal eine blendgranate reinwerfen hände hoch pronto ja das war die sechs runter oder ich lege dich um hände hoch pronto ah er hat die tür sowieso zugemacht ah ist er raus ja ok werf ich die hände hin was ist denn los du bist da hinten war doch einer ja was ich hab einer nicht ja das war ich da hinten war einer geht es ihm gut ja ich versuche hier einen zu behaupten ohne ihn direkt zu erschießen aber er will nicht ok so alles was ich buch ich hab alles getan was ich konnte hast du den gemeldet ja hab ich ich muss das schnuckelchen hier noch melden verdächtige person ist sicher und zur evakuierung bereit wollen wir hier rein hier war ja jemand wo bist denn du grad hier hast du die waffe von dem creep da eingesackt hab ich und und verschlossen ich sehe deinen arsch 3 2 1 hu ha ha hu ok hier war aber jemand oder achso das war die ja warum sind wir da nicht durch die tür gegangen naja guck mal da steht einer guck mal da steht einer wo da durchs fenster achso hm ok guck mal kurz machst du mal ne ne gasi bereit äh jo warte ich geb euch den dingern schon kosener mach du scheiße so bereit ich geh nach links weg ne ah ja ok ok wird er vielleicht jetzt noch nicht rein rennen nein 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 hast ja recht polizei runter sofort nein hier ist keine sau das ich gif das ist ach du bist tot ja ich weiß ist mir aufgefallen sie ist tot Wir haben noch einen Start, das ist für mich zu wenig. Noch einen was? Vergessen zu melden? Ja. Machst du allein zu Ende? Wenn du kannst. Ja, von mir aus kann ich mich auch töten lassen. Ist mir egal. Versuch mal zu Ende zu machen, vielleicht klappt es. Du musst mich melden. Das war es wahrscheinlich. Ja, das wäre schon gar nicht mal schlecht, ne? Verletzter Officer. Das war es. Mausetot bist du. Nein, ich bin nur außer Gefecht. Pokémon sterben auch nicht. Wurde dir gesagt. Ja, Nintendo lügt doch nicht. Nein. Waffen runter und auf den Boden. Oh. Nicht dieses Mal. Doch, dieses Mal. Oh, oh. Ja, der hat hinter sich. Waffe und Typ. Okay. Kommt der denn her? Von unten, von der Treppe. Ach so. Hat gerade jemand auf dich geschossen? Ne. Also ja, hat der Typ da hinten. Ne, ich meine, als du ihn hier auf die Knie gezwungen hast. Ne. Hey, super geschafft. Ah, sauber. Fällt noch was? Du bist verletzt, ich bin außer Gefecht gesetzt. Siehst du, ich bin gar nicht tot. Ein voller Erfolg. Du musst noch einen Statusbericht machen. Hast du den Typen gemeldet, den du gerade eingesagt hast? Ähm. Nö. Eindring Team Antock. Verdächtige Personen in Handschellen und zur Evakuierung bereit. Roger. Ja. Das war es. Sauber. Mission accomplished. Fischt. Diding. Tio und Tina, du bist mein Held. Maxi. Maxi.